Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaktion hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit diverse Kack-Produktbeschreibungen, Folge 25. Langsam habe ich meinen Text drauf, ne? Ja, von Coldmirror. Link zum Original-Video wie immer in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Gebt der Coldmirror ein Like, ein Abo und was weiß ich noch alles. Euer letztes Taschengeld. Let's go. Folgende Kack-Produktbeschreibungen habt ihr mir zugeschickt und zu eurer Unterhaltung, jedoch zu meinem Leid. Auf das da freue ich mich schon. Was ist das denn? Lese ich sie nun vor. Viel Vergnügen. Diese Strümpfe sind ultra-lisch und eine, die sie gerne tragen werden. Ultra-lisch, was ist das denn für Wort? Die Fischnetzstrümpfe sehen gut aus und machen ihre Füße sexier. Fischnetzstrümpfe sind für Menschen mit 100 bis 160 Pfund geeignet und Menschen, die zu fettleibig sind, sind nicht für das Tragen geeignet. Okay. Wird man direkt beleidigt. Nett. Oh. Okay. Es ist charmanter im Rampenlicht. Es ist verpflichtet, Kleidung zu studieren, die ihren eigenen Stil zeigen wollen. Jetzt musst du auch noch studieren, um Kleidung zu tragen. Es reibt sich die Haut mit der Lotion ein. Sorgfältiger Speicher. Socken selbst gehören zu Verbrauchsmaterialien, sodass dieses Produkt nur Handwäsche sein kann. Kann keine Waschmaschine sein. Seien Sie... Das Produkt kann keine Waschmaschine sein? Vorsichtig im Leben. Vermeiden Sie Beulen. Beachten Sie für Sie. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Hände anstelle der Waschmaschine zu waschen. Also die Waschmaschine bleibt dreckig, aber die Hände sollen wir waschen. 20 Stück Schleuderdinosaurier-Schleuderdinosaurier-Fingerspielzeug-Fliegende-Dinosaurier-Schleuderspielzeug-Elastischer-Fliegender-Fingerdinosaurier-Dinosaurier-Spielzeug. Unser Mini-Dinosaurier-Spielzeug ist eines der interessantesten kleinen Dinge, mit denen man sich verreißen kann. Kleine Taschen. Schmeißen Sie die Katakomben ab. Stressabbau. Diese Buntfingerfigur hat eine extrem elastische und gelenkige Technik und ist perfekt gestresst. Die Figur ist gestresst, also ist aber kein gutes Spielzeug. So wie ich? Dinosaurier haben in der Apothekenrundschau Ökothekern Kampfstoffe erhalten, die während der Apothekenrundschau an Tiere weitergegeben werden können. Hä? Verstehe ich nicht. Diese weiche Gummispielzeug wird ein großer Erfolg auf der Party. Für Weihnachten in Weihnachtsmann. In Weihnachtsmann? Valentinsgeschenk, Osternkorb, Ostereierkann verarsche. Pfff. Ostereierkann verarsche. Okay. Es tut mir leid. Streich und Halloween-Piene. Geburtstag-Süßigkeiten. Interessanteste weißes Elefanten. Büro, Schatzsuche, Party, Kuhlpfe. Kuhlkönnen, Party, Karneval, Belohnung, Geschenke, Anreize, Belohnungen. Gefüllt mit Therapie. Oh, gefüllt mit Therapie. Ja, dann kaufe ich das. Wir können sie holen. Sie kommen. Sie wollen mich holen. Sie müssen die Türen verbarrikadieren. Name, Elastic Dinosaurier-Fingerspielzeuge. Mal lässt du ran. Größe, etwa 10 cm pro cm. Eine Farbe, Unkraut. The flight distance can reach speeders. Hartholz, Fliegenpilz, Musterstopfen. Geeignet für die verdammte größere Löcher in Stoff oder Wolle. Für verdammt Löcher mit verdammt Faden. Das ist ja ein Fluchpilz. Oh, schade so kurz. Ja, das war die Folge 25 von den Kack-Produkt-Beschreibungen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bye, bye. Bye, bye.